Viparita Namaskar Vajrasana ist die umgekehrte Grußhaltung im Fersensitz. Setze dich auf die Fersen oder zwischen die Fersen, beides ist Vajrasana, der Fersensitz, auch genannt Donnerkeil oder Diamant oder Blitzstellung. Gib dabei die Handflächen zusammen und die Fingerspitzen nach oben und so bist du in Viparita Namaskar Vajrasana. Die Viparita Namaskar Handhaltung hilft die Schulterflexibilität zu entwickeln, etwas auch die Handgelenksflexibilität und hilft dir in der aufgerichteten Sitzhaltung den Brustkorb nach vorne zu wölben. Natürlich wirst du die Stellung nicht so lange halten, aber eine Minute ist eine schöne Zeit, um hier Brust zu wölben und Schultern nach hinten weit zu machen.